Es ist wieder so weit. Heute schauen wir uns wieder drei wahre Geschichten von Reddit an. Wie immer kannst du selbst entscheiden für wie plausibel du die Geschichte hältst und deine Meinung in die Kommentare schreiben. Wozu du auch deine Meinung in die Kommentare schreiben kannst, sind die Klamotten von der Nerdstar Factory. Wenn du auf Comics, Nerdstar und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, Kaffeebecher, Taschen, T-Shirts, alles was das Herz begehrt. Mit dem Code RASIEL10 gibt es 10% auf den kompletten Einkauf. Außerdem könnt ihr mich unterstützen, wenn ihr über den Link in der Beschreibung einkauft, denn das ist ein Affiliate Link. Es gibt wirklich verdammt viel Auswahl. Mein Tipp, checkt auf jeden Fall die Horror Hoodies ab. Das Ganze läuft vom 1. Mai bis zum Ende des Mais. Also schnappt zu. Fangen wir an. Ein echter Dämon. Auf Anraten meines Therapeuten habe ich das alles aufgeschrieben, um zu versuchen, meine Gefühle zu verarbeiten. Er hat mir natürlich nicht geraten, es bei Reddit einzureichen, aber ich habe lange Zeit damit zu kämpfen gehabt und muss die Meinung anderer Leute dazu hören. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich mich dabei fühle, selbst nach all den Jahren, aber ich werde es der breiten Masse zur Beurteilung vorlegen. Ich weiß, dass ich in einigen Dingen falsch gehandelt habe, wahrscheinlich in vielen Dingen. Ich habe versucht, mein Bestes zu geben. Mein Sohn war sehr aufgewühlt. Extrem aufgewühlt. Wenn du den Film We Need to Talk About Kevin gesehen hast, wird es dir wirklich helfen, zu verstehen, wovon ich spreche. Und im Tag an, an dem er geboren wurde, war mein Sohn einfach falsch. Er war geplant, meine Frau und ich versuchten schwanger zu werden und waren überglücklich, als er geboren wurde. Er wurde gewollt und geliebt. Wir haben ihn mit Zuneigung überschüttet und wirklich versucht, ihm eine glückliche Kindheit zu ermöglichen. Aber von dem Tag an, als wir ihn aus dem Krankenhaus nach Hause brachten, war er unglücklich. Er weinte 13 Monate lang ununterbrochen. Ich übertreibe nicht. 13 Monate ohne Unterbrechung. Er weinte, bis er keine Stimme mehr hatte und weinte weiter. Man konnte sehen, wie sich sein kleines Gesicht verzog und kein Ton herauskam. Er war völlig heiser. Es gab Zeiten, in denen er buchstäblich im Schlaf weinte. Ich habe noch nie ein anderes Kind gesehen oder davon gehört, dass dazu in der Lage war. Wir brachten ihn zu Ärzten und Spezialisten, versuchten seine Ernährung umzustellen, hielten ihn, schaukelten ihn, spielten mit ihm, wickelten ihn, spielten ihm Musik vor, alles was uns einfiel. Nichts funktionierte. 13 Monate lang. 13 Monate lang. Er war. Er war. Er war. Ich hatte kein Interesse an irgendetwas Positivem. Er wurde von Hass angetrieben und alles, was er tat, zielte darauf ab. Sobald er laufen konnte, bestand seine Lebensaufgabe darin, Dinge zu zerstören. Er machte alles kaputt, was ihm in die Quere kam. Zertrümmerte es, zercaute es, warf es in die Toilette, was immer er konnte. Nach einer Weile fand er heraus, wie er seine Windel ausziehen konnte und es machte ihm großen Spaß, die ganze Wohnung zu versauen. Nach einer Weile fand er heraus, dass er es verstecken konnte, was die Reinigung noch schwieriger machte und das Haus stinken ließ. Als er älter wurde, im Alter von 9 bis 15 Jahren, tat er es an unser Bett, bis wir ein Schloss an unserer Tür anbrachten und er nicht mehr hineinkam. Dann machte er einfach in den Flur vor unserem Zimmer. Diese biologische Kriegsführung begann im Alter von etwa zweieinhalb Jahren und er wuchs nie aus ihr heraus. Ich werde versuchen, es zu beschleunigen, da ich tagelang über dieses Zeug reden könnte. Aber als er älter wurde, wurde er immer unkontrollierbarer. Er biss, trat, schrie, kratzte und spuckte jeden an, der versuchte etwas mit ihm zu unternehmen. Bevor er neun Jahre alt war, wurde er zweimal aus der Schule geworfen, dann wieder aufgenommen und dann endgültig rausgeschmissen. Er musste die Schule wechseln. Die nächste Schule steckte ihn in eine Sonderklasse, die ihn von den anderen Schülern fernhielt. Wir mussten eine Tür und ein Schloss an der Küche anbringen, weil er Messer stahl und damit die Wände und Möbel einritzte oder Leute damit verfolgte. Als er zehn Jahre alt war, stach er mir ziemlich heftig in die Hüfte und den Hintern. Die Narben habe ich immer noch. Als er älter wurde, wurde er immer bösartiger. Er fing an, Dinge in Brand zu setzen und Tiere in der Umgebung zu quälen. Es gab einen streunenden Hund, der sich im Park in der Nähe unseres Hauses herumtrieb und mein Sohn hat ihm mit einer Grillgabel auf einem Auge geblendet. Er tauchte die Schwänze von Katzen im Benzin und zündete sie an. Er wurde zu einer gewalttätigen, stinkenden, bösartigen Bestie, die in unserem Haus lebte. Wir konnten nichts mit ihm anfangen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, um dem Tsunami von Nachrichten zuvor zu kommen. Ja, wir hatten das Kind in einer verdammten Therapie. Er ging zweimal pro Woche zum Psychiater und bekam im Laufe der Jahre Gott weiß wie viele verschiedene Medikamente verschrieben. Nichts hat geholfen. Er war wie eine Giftwolke aus Hass und Wut, die sich auf alles stürzte, was in seine Reichweite kam. Als mein Sohn 16 Jahre alt war, wurde meine Frau erneut schwanger. Ich kann dir gar nicht sagen, wie anders unsere Reaktion war. Anstelle von Freude empfanden wir Entsetzen. Diese Schwangerschaft war nicht geplant gewesen und wir waren wirklich ratlos, was wir tun sollten. Mein Sohn war 16 Jahre lang ein nicht enden wollender Albtraum gewesen und wir konnten den Gedanken nicht ertragen, noch einmal von vorne anzufangen. Wir haben viel über einen Schwangerschaftsabbruch gesprochen, aber erstens war der Zugang zu einer Abtreibung damals nicht so einfach wie heute und zweitens war meine Frau sehr dagegen. Wir sprachen über viele Möglichkeiten. Schließlich beschlossen wir, dass meine Frau das Baby bekommen sollte und wir es zur Adoption freigeben würden, falls es sich als böse erweisen sollte. Wir wussten, dass wir es nicht noch einmal mit einem Kind wie unserem Sohn machen konnten. Wir bekamen eine Tochter. Sie war normal. Plötzlich sahen wir, wie unser Leben die ganze Zeit hätte sein sollen, wie es gewesen wäre, wenn unser Sohn nicht der selbst gewesen wäre. Sie lachte über Dinge. Sie wurde gestillt, ohne zu beißen. Nach vier Monaten schlief sie nachts durch. Sie war glücklich. Sie war normal. Ich kann die Erleichterung und das Glück, das wir beide empfanden, nicht beschreiben. Mir fehlen die Worte dafür. Ich glaube, an diesem Punkt begann ich, mich wirklich von meinem Sohn zurückzuziehen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich, egal welche Fehler ich gemacht hatte, immer versucht, das Beste für meinen Sohn zu tun. Davon bin ich überzeugt. Ich habe versucht, ihm zu helfen, ihn zu lieben und für ihn zu sorgen. Ich habe es wirklich versucht. Aber als meine Tochter geboren wurde, haben meine Frau und ich uns beide instinktiv ihr zugewandt. Sie wurde zu unserem Mittelpunkt. Nicht aus Böswilligkeit, sondern einfach, weil sie so viel einfacher war. Sie war so glücklich und süß. Jeder Moment, den wir mit ihr verbrachten, war wie Magie. Ich verstehe, dass das falsch war, aber wir konnten ehrlich gesagt nicht anders. Ich habe keine bessere Erklärung als diese. Meinem Sohn war es scheißegal, dass meine Frau schwanger war. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er es wirklich verstanden hat, aber als wir unsere Tochter nach Hause brachten, begann er sich noch mehr aufzuspielen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber er hat noch einen draufgesetzt. Zu diesem Zeitpunkt war er 17 und wir stritten uns täglich lautstark. Normalerweise stürmte er nach einem Streit aus dem Haus und verschwand stundenlang oder er kam am nächsten Morgen wieder. Es war eine Erleichterung. Ich fing an, mich auf unsere Streitereien zu freuen, weil er dann für eine Weile von uns weg war. Nach der Geburt unserer Tochter war meine Beziehung zu meinem Sohn fast völlig dahin. Wir haben uns nur noch angeschrien. Meine Frau war noch schlimmer zu ihm. Sie hatte einfach nichts mehr. Wenn unser Sohn auch nur in demselben Raum, wie sie kam, hörte sie mit allem auf, was sie gerade tat und schrie, Hau ab, bis er ging. Er begann mehr und mehr Zeit außerhalb des Hauses zu verbringen, was für uns ein Segen war. Ich habe keine Ahnung, was er draußen in der Welt angestellt hat, aber wir waren einfach nur froh, dass es nicht uns zugefügt wurde. Als Konsequenz aus dem Verhalten unserer Sohnes hatten wir viel in Schlösser rund um unser Haus investiert. Alle billigen, dünnen Innentüren in unserem Haus wurden durch solide, dichte Holztüren ersetzt, die man nicht eintreten konnte und die mit Schlössern ausgestattet waren, zu denen meine Frau und ich Schlüssel hatten. Ich weiß, das klingt extrem, aber Schlösser und schwere Türen waren die beste Möglichkeit, die wir gefunden hatten, um uns vor ihm in Sicherheit zu bringen. Und noch einmal, bevor ich mit Nachrichten überschwemmt werde, ich habe meinen Sohn nicht wie einen Gefangenen in ein Zimmer eingesperrt. Er hatte freien Zugang zum Haus und konnte kommen und gehen, wie er wollte. Meine Frau und ich schlossen uns selbst in Zimmern ein, um uns vor ihm zu schützen. Wenn überhaupt, waren wir die Gefangenen in unserem eigenen Haus. An dem fraglichen Tag hatte ich mich morgens mit meinem Sohn gestritten und er hatte das Haus wütend verlassen. Meine Frau und ich genossen die Ruhe in der Küche, während unsere Tochter in unserem Schlafzimmer schlief. Und dann fing meine Tochter an zu weinen. Alle Eltern, die kleine Kinder haben, können sagen, dass man sich an das Weinen des Kindes gewöhnt und nach einer Weile weiß, was es braucht. Es weint anders, wenn es Hunger hat, gewickelt werden muss oder einfach nur unruhig ist und gehalten werden möchte. Babys können schon ziemlich gut kommunizieren, bevor sie sprechen können. Dieser Schrei war nichts von alledem. Dieser Schrei war Terror. In der Sekunde, in der wir ihn hörten, standen meine Frau und ich beide von unseren Stühlen auf und rannten ins Zimmer. Die Tür war natürlich verschlossen und es dauerte ein paar Sekunden, bis wir den richtigen Schlüssel hatten und die Tür öffnen konnten. Mein Sohn war in dem Zimmer. Wir wohnten in einem Bungalow und der Bastard war durch das Fenster geklettert, um zu ihr zu gelangen. Er stand über ihrem Kinderbett mit einem Steakmesser in der Hand. Ich habe keine Ahnung, woher er es hatte. Es war keines von unseren. Wir kontrollierten unsere Messer sehr sorgfältig und bewahrten sie immer in verschlossenen Schubladen auf. Ich glaube, er hat es aus einem unserer Nachbarhäuser gestohlen. Er hatte ihre Haut bereits zweimal verletzt, einmal in der Bauchgegend und einmal am Arm. Ich konnte sehen, wie Blut herunterlief. Als ich das Zimmer betrat, fuhr er mit dem Messerrücken über ihr Gesicht, ohne zu schneiden. Er kitzelte sie fast damit, neckte sie, während sie schrie. Er schaute zu uns hoch und lächelte. Bevor ich wusste, was ich tat, war ich schon in Bewegung, rannte, um mich zwischen sie zu stellen. Ich habe nicht darüber nachgedacht, ich habe mich einfach instinktiv bewegt. Trotzdem war meine Frau schneller da. Es war wie ein Film im Schnelldurchlauf. Sie erreichte unseren Sohn und schlug ihm die Hand weg, wobei sie das Messer quer durch den Raum schleuderte und ihn dann mit ihrem ganzen Körpergewicht schubste, so stark, dass er vom Kinderbett wegflog und gegen die Wand prallte. Ich nahm meine Tochter auf den Arm und hielt sie fest, während meine Frau uns abschirmte. Ich konnte sehen, wie sie zitterte. Ich erinnere mich an den Geruch im Zimmer, an das Schreien und das Wimmern meiner Tochter, an den Gesichtsausdruck meines Sohnes, als er dort stand. Einfach nichts, leer, tot, aber nichts in seinen Augen, keine Emotion. Er sah für mich wie ein Außerirdischer aus. Ich sah, wie meine Frau einen Schritt auf ihn zuging. Ich hätte die Hand ausstrecken und sie aufhalten können, aber ich tat es nicht. Sie ging wieder einen Schritt vorwärts, ganz nah an ihn heran. Ich hätte sie wieder aufhalten können, aber ich tat es nicht. Sie wartete und sah ihn vielleicht drei bis fünf Sekunden lang an, ohne sich zu bewegen und dann schlug sie ihm ins Gesicht. Bis zu diesem Punkt hast du dir meine Frau vielleicht als eine typische Frau vorgestellt, klein, zierlich, zart. Das ist aber nicht der Fall. Meine Frau hat zwar eine kleine Statur, aber zierlich und zart ist sie nicht und das war sie auch nie, seit ich sie kenne. Seit ihren frühen Teenagerjahren ist meine Frau eine Boxerin. MMA gab es damals noch nicht, aber Karate und Boxen waren damals groß und meine Frau war eine sehr talentierte Amateurin. Sie wog etwa 130 Pfund, hatte eine Menge Muskeln und wusste, wie man zuschlägt. Ich wog damals 70 Pfund mehr als sie und ich habe keinen Zweifel daran, dass sie mich in einem echten Kampf hätte niederschlagen können. Keiner von uns beiden hatte jemals zuvor im Zorn Hand an unseren Sohn gelegt, aber an diesem Tag brach etwas in ihr und all die Jahre der Wut, des Schmerzes, der Trauer und der Frustration strömten einfach heraus. Als sie ihn schlug, riss er den Kopf zurück und Blut floss aus seiner Nase. Er reagierte kaum, er sah sie nur mit diesem schockierten Gesichtsausdruck an, als wüsste er nicht, wie er verarbeiten sollte, was gerade passiert war. Sie wartete noch eine Sekunde und dann schlug sie ihn erneut. Ich hätte die Hand ausstrecken und sie aufhalten können. Ich hätte sie aus dem Zimmer zerren, sie wegbringen, sie beruhigen können, aber ich tat es nicht. Ich stand nur da und sah zu, wie sie ihn systematisch zu Brei schlug. Jedes Mal, wenn er seine Hände auf eine Stelle legte, schlug sie auf eine andere ein. Körper, Kopf, Körper, Kopf. Immer und immer wieder. Er fing an zu schreien, zu schreien, sie solle aufhören. Das war die echteste Reaktion, die ich je in seinem Leben bei ihm gesehen habe. Aber sie hörte nicht auf. Ich sah, wie sie sich steigerte, härter und schneller schlug, ihn wie einen schweren Sack bearbeitete. Er versuchte, nach ihr zu schlagen und sie wich ihm leicht aus. Sie war auf Autopilot, versank in ihrem Training. Ich stand da und sah eine Minute lang zu. Dann drehte ich den beiden den Rücken zu und ging mit meiner Tochter aus dem Zimmer. Ich brachte meine Tochter in die Küche und badete sie im Waschbecken. Ich stellte fest, dass er sie ein drittes Mal an der Fußsohle geschnitten hatte. Alle Schnitte waren oberflächlich. Ich machte sie sauber und hielt sie fest, bis sie sich beruhigt hatte. Ich verband die Schnitte mit Pflastern. In unserem Schlafzimmer hörte ich meinen Sohn schreien. Er beschimpfte meine Frau auf grausame Weise und sagte ihr, dass er ihr den Kopf abschneiden würde. Nach einer Weile hörte ich ihn nichts mehr sagen. Ich hörte ihn nicht einmal mehr schreien. Ich nahm an, dass er ohnmächtig geworden war. Aber ich konnte immer noch hören, wie sie ihn schlug. Das ging eine ganze Weile so weiter. So lange, bis meine Tochter in meinen Arm einschlief. Ich saß am Küchentisch und wartete, bis sie fertig war. Schließlich kam sie heraus und setzte sich mir gegenüber. Ihre Hände waren geschwollen und rot. Ihr Gesicht und ihre Arme waren mit Blut bespritzt. Ihr Brustkorb hob sich. Wir starrten uns nur an, ohne etwas zu sagen. Nach einer Weile fragte ich sie. Ist er tot? Sie sah mich an und antwortete, das hoffe ich verdammt nochmal. Ich nickte. Das war alles, was es dazu zu sagen gab. Ich verstand genau, wie sie sich fühlte. Ich fühlte das Gleiche. Ich wusste nicht, was ich tun sollte und so saßten wir einfach da und warteten schweigend. Schließlich fing meine Frau an zu weinen und ging unter die Dusche. Ich blieb einfach da, wo ich unsere Tochter am Arm hatte. Nach einer langen Weile hörte ich stöhnen und schluchzen aus unserem Zimmer. Es stellte sich heraus, dass mein Sohn nicht tot war. Ich ging hinein, um zu sehen, wie schlimm es war und es war ziemlich schlimm. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand so gnadenlos verprügelt wurde, weder vorher noch nachher. Er lag auf dem Boden, wälzte sich mit Blut überströmten Gesicht herum und lag in einer Lache aus Erbrochenem. Seine Nase war quer über sein Gesicht gequetscht. Seine beiden Augen waren völlig zugeschwollen und begann bereits schwarz zu werden. Ich konnte sehen, dass ein paar seiner Finger in seltsamen Winkeln gebogen waren und er sich in die Hose gepisst hatte. Ich glaube, ihm müssen Zähne fehlen, aber ich konnte keine auf dem Boden sehen und ich konnte nicht in seinen Mund sehen. Seine Lippen waren ganz aufgequollen und geschwollen. Als ich später mit meiner Frau darüber sprach, weiste ich, dass sie systematisch auf jeden Teil seines Körpers geschlagen hat, wobei sie sich besonders auf seine Beine konzentrierte. Sie erzählte mir, dass sie ihn wiederholt in die Leistengegend getreten hatte, bis ihre Beine müde wurden und dass sie ihn noch lange, nachdem er ohnmächtig geworden war, weiter verprügelt hatte. Als meine Frau aus der Dusche kam, wusste ich immer noch nicht, was ich mit unserem Sohn tun sollte. Ich wusste nicht, ob ich die Polizei oder einen Krankenwagen rufen sollte, ob ich ihn selbst ins Krankenhaus bringen sollte. Ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich tun sollte. Nach einer Weile wurde mir klar, dass es mir einfach egal war, was mit ihm geschah und wir beschlossen, ihn einfach leben oder sterben zu lassen. Im Keller gab es eine Einliegerwohnung, die wir nie wirklich genutzt hatten und meine Frau, meine Tochter und ich zogen einfach dort hinunter. Das Obergeschoss des Hauses überließen wir meinem Sohn, schlossen alles ab und trennten unser Leben komplett. In den Schränken im Obergeschoss befanden sich genügend Lebensmittel für ein paar Wochen oder mehr. Er hatte einen Waschraum und Schlafzimmer, die er nutzen konnte. Wir hatten einen Waschraum im Keller, eine kleine Kochnische und einen separaten Eingang, sodass wir einfach nicht mehr nach oben gingen. Wir haben einfach beschlossen, dass wir mit ihm fertig sind. Ich dachte mir, wir lassen ihm das Essen ausgehen und schauen, was passiert. In der nächsten Woche konnten wir ihn manchmal oben herumlaufen hören. Ich glaube, er lag die meiste Zeit im Bett und erholte sich. Ich ging zur Arbeit und war in höchster Alarmbereitschaft, falls er mich in der Einfahrt angreifen würde, aber das tat er nicht. Meine Frau blieb mit unserer Tochter zu Hause. Wir ließen sie nie aus den Augen. Eines Nachts hörten wir, wie er ausrastete, Dinge zerschlug und schlug. Wir haben nicht darauf reagiert. Er hat aber nie versucht, die Treppe hinunter zu gehen oder sich uns zu nähern. Ich glaube, er hatte Angst, dass meine Frau ihm den Chaos machen würde, wenn er sich uns wieder näherte. Nachdem wir drei Wochen im Keller verbracht hatten, hörten wir einige Tage lang nichts mehr von oben und ich wagte mich nach oben in das Hauptgeschoss des Hauses. Das Haus war demoliert und von meinem Sohn fehlte jede Spur. Er war verschwunden. Es dauerte Monate, um den Schaden, den er angerichtet hatte, zu beheben und das Hauptgeschoss wieder in Ordnung zu bringen. Überall an den Wänden war Essen und Exkremente verschmiert. Auf dem Boden lagen Glasscherben, große Löcher in den Trockenbauwänden. Er hatte das Haus auseinandergerissen. Er hatte das Linoleum in einer Ecke der Küche zerrissen und einen ganzen Schaumfeuerlöscher ins Wohnzimmer entleert. Ich bin dankbar, dass er das Haus nicht mit uns darin niedergebrannt hat. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, warum er es nicht getan hat. Der Junge hatte keine Scheu, Dinge in Brand zu stecken. Danach lebte ich jeden Tag in Angst, dass er zurückkommen würde, dass er uns aus heiterem Himmel überfallen und versuchen würde, uns zu töten. Etwa drei Jahre später zogen wir um und ich hatte endlich keine Angst mehr, dass er wieder auftauchen würde. Denn jetzt wusste er nicht mehr, wo wir waren. Ich fühlte mich endlich sicher vor ihm. All das ist schon lange her. Mein Sohn wurde im Frühjahr 1971 geboren. Meine Tochter kam 88 zur Welt. Ich bin jetzt ein alter Mann. Ich werde dieses Jahr 70 Jahre alt und meine Frau ist 2016 an Krebs gestorben. Meine Tochter ist jetzt 31. Ich bin mit ihr und ihrem Mann zusammengezogen, nachdem meine Frau gestorben war. Ich habe zwei Enkeltöchter und sie sind die Freude meines Lebens. Ich gehe ein paar Mal im Monat zu einem Therapeuten, um über all das zu sprechen. Ich weiß nicht, wo mein Sohn ist. Das letzte Mal, als ich ihn sah, lag er blutend und zerschlagen auf dem Boden unseres Schlafzimmers. Ich habe nichts mal von ihm gehört, seit er weggegangen ist, mehr als 30 Jahre lang. Das will ich auch gar nicht. Ich trage eine Menge Schuldgefühle aus dieser Zeit mit mir herum und eine Menge widersprüchlicher Gefühle. Ich habe ihn selbst nicht geschlagen, aber ich habe zugelassen, dass er geschlagen wurde und ich dachte, er hätte es verdient. Ich war froh, dass es passiert ist. Ich habe nicht versucht, ihn zu töten, aber ich wäre froh gewesen, wenn er gestorben wäre. Ich hoffe, dass er seine Dämonen überwinden konnte und irgendwo ein normales Leben führen kann. Wenn er dazu nicht in der Lage war, wenn er so blieb, wie er war, dann hoffe ich wirklich, dass ihn jemand da draußen getötet hat. Als ich ihn kannte, war er ein tollwütiger Hund und egal, wie es ausgegangen ist, ich hoffe nur, dass er nicht mehr da draußen ist und noch jemandem wehtut. Geisterwolf. Ich habe vor kurzem ein kleines Boot gekauft und mein Kumpel Legov und ich wollten unbedingt den See und seine Inseln erkunden und das Angeln dort erlernen. Wir sind neu in Tennessee. Gestern am 4. Juli beschlossen wir, in diesem sehr abgelegenen Teil des Sees zu angeln, den wir wegen der niedrigen Hängebrücke, die Bootsfahrer daran hindert, den Abschnitt zu befahren, Niemandsland genannt haben. Mein Boot kann darunter durchfahren, weil es so klein ist, aber ich habe noch nie ein anderes Boot dort gesehen. Wir beschlossen, tiefer in die Bucht hineinzufahren, als wir es je zuvor getan haben. Während wir langsam den See hinunter trieben, teilte sich der Weg vor uns in drei Abzweigungen und ich fragte, welche wir nehmen sollten. Legov sagte sofort, die mittlere und so fuhren wir geradeaus weiter, während das Wasser von einem großen See in einen schmalen, flussähnlichen Weg überging. Hier eignete sich eine Kette von Ereignissen in schneller Folge, die wir im Nachhinein durchgesprochen haben, um uns an die Reihenfolge zu erinnern, in der sie ablief. Zuerst hörten wir ein seltsames, stimmähnliches Geräusch, das aus dem Wald jenseits des Ufers kam und wir spannten uns beide an und fühlten uns sehr unwohl. Was war das? fragte Legov. Ein Hund, sagte ich, denn das war das Erste, was mir einfiel. Ich glaube nicht, dass das ein Hund war, antwortete Legov sofort. Dann sahen wir einen Vogel hoch über uns auf einem Astok und uns anstarren. Vielleicht war es dieser Vogel, sagte Legov. Ja, vielleicht, antwortete ich. Ich bin mir nicht sicher, wann genau es war, aber irgendwann zog ich meine Pistole und hielt sie an meine Seite. Wir hatten beide ein sehr seltsames Gefühl, als wir den Fluss hinuntertrieben, die Augen auf das Ufer gerichtet. Wir kamen zu einer verrottenden Kiefer, die umgestürzt war und nun halb unter Wasser am Ufer stand. Dann geschah es. Wir hörten ein sehr lautes, schwerfüßiges Tier, das durch den Wald lief und sich dem Wasser näherte. Zuerst dachte ich, es sei ein Reh, denn es tänzelte fast. Aber als es näher kam und lauter wurde, merkten wir beide, dass es tatsächlich kein Reh war. Es war ein sehr großes, tiefschwarzes Hundewesen. Mein Gehirn dachte, oh, das muss ein Kojote sein, aber er war viel größer, wie ein riesiger, deutscher Schäferhund. Und er war schnell, wie ein schwarzer Schatten sprang er durch die Bäume und näherte sich rasch dem Ufer, über das wir fuhren. Es schien jedoch keine Textur und keine Details zu haben, fast so, als wäre es flach und unscharf. Wir konnten kein Fell, kein Gesicht und keine Augen sehen, nur die Umrisse des Körpers und große, wolfsähnliche Ohren. Aber es war offensichtlich der Körper eines Hundes. Adrenalin schoss durch uns hindurch und mein Gehirn raste bei dem Gedanken, dass wir uns verteidigen müssten. Es sah fast so aus, als würde es auf uns zustürmen, aber es bewegte sich im Zickzack und wich zwischen den Bäumen hindurch, genau auf den Teil des Ufers zu, an dem wir vorbeischwammen. Wir hatten Angst, aber die 15 Fuß Wasser zwischen unserem Boot und dem Ufer gaben uns etwas Zuversicht. Er würde zu uns hinausschwimmen müssen und das hielt ich nicht für wahrscheinlich. Er hüpfte weiter durch den Wald und erreichte bald unseren Teil des Ufers. Mit einer majestätischen, fließenden Bewegung sprang er vom Ufer weg und tauchte direkt unter der halb untergetauchten Kiefer vor uns ins Wasser. Das war's. Wir hielten den Atem an und warteten darauf, dass er schwamm oder sich auf uns zubewegte. Kleine Wellen erreichten unser Boot durch das Platschen. Im Nachhinein schwört Legov, dass das Platschen für eine Kreatur dieser Größe viel größer hätte sein müssen. Ich hatte noch nie gehört, dass Hunde unter Wasser tauchen können, aber hier geschah es direkt vor unseren Augen. Wir warteten und nichts. Stille. Nur das leise Geräusch der Wellen, die sich langsam auflösten. Wir warteten noch etwa 20 Sekunden und immer noch nichts. Es war fast so, als ob der ganze Wald stillgestanden hätte. Stille. Unsere Augen klebten an der umgestürzten Kiefer, unter die es getaucht war. Wir fassten den Mut, das Boot etwas näher heranzutreiben, um den Baum zu untersuchen. Aber da war nichts. Keine Spur von irgendetwas. Zu diesem Zeitpunkt standen wir völlig unter Schock. Fassungslos. Er war weg. Wie konnte er weg sein? Wie konnte etwas so Großes einfach verschwinden, vor allem eine so riesige Kreatur? Nach weiteren 30 Sekunden des Schweigens durchbrach Legov die Stille mit. Du, du hast gesehen, was ich gesehen habe, oder? Ein Schauer lief mir über den Rücken. Alles, antwortete ich. Aber wirklich, was zum Teufel war das? sagte Legov. Ich antwortete, ich glaube, wir haben einen Dämon gesehen und wir lachten beide nervös. Wir trieben noch mindestens zehn Minuten lang geschockt in der Nähe des Ufers und hofften auf ein Zeichen, dass wir nicht verrückt waren. Legov suchte das Wasser ab, um zu sehen, ob er nach Luft schnappen würde. Er tat es nicht. Wie zum Teufel konnte sich eine große, schwarze, wolfsähnliche Kreatur in Luft auflösen oder gar im Wasser verschwinden. Der Knast. Mit 19 Jahren wurde ich als Justizvollzugsbeamter eingestellt, einer der jüngsten, die es damals gab und arbeitete im gefährlichsten Gefängnis Australiens. Ich hatte dort 40 Jahre lang gearbeitet, sieben Tage die Woche, zwölf Stunden Schichten. Das hört sich zwar nach einer ziemlich entspannten Tätigkeit an, nach leichtem Geld, aber der Tribut, den es für den Geist bedeutet, ist unvorstellbar. Es gab gute Zeiten, in denen die Männer, mit denen ich gearbeitet habe, sich verbessert und etwas aus ihrem Leben gemacht haben, aber ich habe alles Mögliche gesehen, von Hofschlägereien bis hin zum Mord und Selbstmord, aber nichts davon ist mir in meiner Zeit dort geblieben. Das sollte man meinen, aber nein, das Einzige, was mir während meiner Zeit dort in Erinnerung geblieben ist, war eine kurzlebige und übernatürliche Erfahrung. Während dieses Erlebnisses wurde kein einziger Tropfen Blut vergossen und doch war es eines der schrecklichsten und anschaulichsten Dinge, die ich je erlebt habe. Es war eine Nachtschicht, die um 19 Uhr begann und um 7 Uhr endete. Wir machten sehr selten Nachtschichten und dies war meine erste seit Abschluss meiner Ausbildung. Die Belegschaft, die normalerweise aus 200 Personen bestand, war um 22 Uhr auf etwa 30 Personen geschrumpft. Wir wurden nicht alleingelassen, sondern machten in der Regel jede Stunde oder so eine eigene Runde. Ich war vorbereitet und bereit, die Nacht zu übernehmen und da ich der Jüngste im Team und vermutlich auch der Naivste war, wurde ich immer wieder leicht gehänselt. Du wirst bis zum Ende der Nacht auf 60 Jahre gealtert sein. Nimm dich von den Verrückten der Nacht in Acht. Der Beginn der Schicht war ruhig, fast friedlich, keine Probleme, keine seltsamen Erschütterungen in der Nacht. Die Häftlinge waren ruhig, schliefen tief und fest in ihren Zellen. Es war wahrscheinlich gegen 4 Uhr morgens und die Müdigkeit machte sich bemerkbar, als ich aus dem Augenwinkel sah, wie sich die Gestalt vor der Abteilung bewegte. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich es einfach als Schlafmangel abgetan, während die anderen Mitarbeiter ihre Runde machten. Als ich jedoch sah, wie sich die Gestalt wieder dorthin zurück bewegte, von wo aus sie sich zuerst bewegt hatte, begannen meine Alarmglocken zu läuten, und zwar ganz leise. Ich drehte mich in meinem Stuhl zu den Fenstern, die auf den Hof hinausgingen und richtete meine Augen auf die Stelle, zu der ich die Gestalt gehen sah und versuchte, durch die Dunkelheit zu spähen. Ich sah es, nur ein Schatten, aber da war etwas. Normalerweise sollten wir, wenn wir etwas Seltsames sahen, es per Funk melden, falls es ein verirrter Insasse war, aber dies war keine menschliche Gestalt, also hielt ich es für ein Tier, was so groß wie es war, sehr unwahrscheinlich war. Dies war ein Hochsicherheitsgefängnis, da sollte nichts reinkommen, was größer als eine Ratte war. Mein müdes Gehirn brauchte länger, als es sollte, um diese Information zu verarbeiten. Die Alarmglocken, die kurz zuvor noch leise geflüstert hatten, dass etwas nicht in Ordnung sein könnte, schrillten nun. Mein nun müder Geist und Körper waren wach, jeder Nerv brannte, bereit, etwas zu unternehmen. Ich beugte mich zur Schalltafel und schaltete das Außenlicht ein, doch nichts, nichts war zu sehen. Nur ich und mein peinlich angestrengtes Atmen erfüllten das Gerät. Mein Funkgerät knisterte. Meine Vorgesetzte hatte gesehen, wie das Licht in der Einheit, in der sie gerade Visite machte, eingeschaltet wurde. Sie lachte zurück und sagte etwas, das mir den Angstschweiß auf die Stirn trieb. Wir haben gesagt, du sollst dich vor dem Verrückten in der Nacht in Acht nehmen. Es ist eine einsame Zeit und die Verrückten sind heute Nacht sehr lebendig. Ein Satz, der eigentlich keinen Sinn ergibt, es sei denn, Verrückte wäre ein beschreibendes Wort für jemanden oder der Name von etwas. Ich schob es darauf, dass sie und das Team versuchten, den buchstäblich Neuen im Viertel zu erschrecken, aber etwas in mir sagte, dass etwas nicht stimmte. Ich hatte eine halbe Stunde verdorbenen Frieden vor der nächsten Begegnung mit diesem Schatten, nur, dass er dieses Mal nicht draußen war. Es hatte mit einem einfachen, leisen Klopfen begonnen. Vielleicht war es der Wind, aber es kam von drinnen, da war vielleicht einer der Insassen wach und langweilte sich. Tagsüber verursachten die Insassen, wenn sie in ihren Zellen eingesperrt waren, ein Chaos, das von Klopfen über Klopfen bis hin zum markerschütternden Schreien reichte. Nach ein paar Minuten des Nachdenkens kam es aus einer der unbesetzten Zellen. Ich war zu diesem Zeitpunkt immer noch allein, aber meine Partner in der Einheit sollten bald zurückkommen, nachdem sie ihre Runde beendet hatten. Ich starrte einige Minuten lang auf die Zellentür und versuchte zu entscheiden, was ich tun sollte, als das Klopfen plötzlich aufhörte und sich meine zuvor gerunzelte Stirn in ein Bild der Überraschung, aber vor allem der Erleichterung verwandelte. Fast unmittelbar, nachdem ich mich entspannt hatte, begann das Kratzen. Ein langes, schmerzhaftes Geräusch, als ob jemand seine Nägel über eine Tafel ziehen würde. Zuerst erschrak ich über das Geräusch, doch dann machte sich Panik breit. Es war kein lautes und ohrenbetäubendes Geräusch, aber es war da. Es geschah, obwohl es nicht hätte sein sollen. Ich zerbrach mir den Kopf, was ich tun sollte. Ich stand auf und ging zur Zelle hinüber, ohne auch nur ein einziges Mal zu zögern. Diese äußere Zuversicht kämpfte gegen mein Inneres. Mein Herz pochte, mein Gehirn schrie, ich solle aufhören und meine Lungen rang nach Luft. Mein Magen war wie verknotet und trotz all dieser Warnungen, dass hinter dieser Tür etwas schrecklich, schrecklich falsch war, konnte ich mich nicht davon abhalten, nach der Klinke zu greifen. Ich öffnete die Tür, ich hatte das Licht in der Zelle nicht eingeschaltet, sie gingen alle zur gleichen Zeit an und ich wollte die Insassen nicht wecken. Das einzige Licht kam aus der Zentraleinheit, die durch ihre Form das meiste ablockte und ein paar schwache Strahlen durchließ. Ich trat ein, ich weiß nicht warum, es ist uns nicht erlaubt eine Zelle zu betreten, bevor wir sie inspiziert haben, aber ich tat es trotzdem. Ich trat hinein und in die Ecke, um mehr Licht hereinzulassen und ich sah es. Es sah von mir weg, eine zusammengekauerte, humanoide Gestalt. Seine Haut hatte eine kränklich grüne, graue Farbe, seine Knie waren nach hinten gebeugt, die Kniescheiben zeigten zu mir. Seine Gliedmaßen waren lang und dünn, die Gelenke große Klumpen, die unter der Haut hervortraten. Es beachtete mich nicht einmal, es sub nur seine langen Arme über den Kopf, legte die Spitzen seiner grotesken Finger an die Betonwand der Zelle und zog sie ganz langsam nach unten. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt geschwiegen, die Finger waren nur auf halbem Weg nach unten, als ich einen kleinen Keuchlaut von mir gab. Es hielt inne, nur für eine Sekunde, dann begann es aufzustehen, seine perversen Knie knackten dabei. Ich war wie erstarrt. Sein Kopf saß auf einem gefährlich langen Hals, der fast so lang war wie sein wahnsinniger Körper. Er musste sich bücken, um nicht mit dem Kopf gegen die Decke zu stoßen, dann begann er sich umzudrehen, aber kurz bevor ich sein Gesicht sehen konnte, wurde der Raum schwarz. Die Tür hatte sich geschlossen und ich sagte schreiend zu Boden, was sich wie Stunden anfühlte, in Wirklichkeit aber nur 30 Sekunden dauerte, wie mein Partner in der Einheit feststellte, der gerannt war, um die Zellentür zu öffnen. Ich wurde an diesem Tag früher nach Hause geschickt. Ich erwartete, etwas darüber zu hören, wenn ich wieder zur Arbeit ging, aber da war nichts. Nicht einmal leichtfertige Hänseleien. Es war, als wäre nie etwas passiert. Einige Monate nach dem Ereignis, als ich mich endlich wieder in eine normale Routine eingelebt hatte, stellte ich Nachforschungen über das Gefängnis an. Viele alte australische Gefängnisse hatten eine schlimme Vergangenheit voller Folter. Dieses Gefängnis war damals berüchtigt für Misshandlungen, Folter, Hinrichtungen und Unruhen. Ich wünschte, ich hätte die Geschichte des Knasts, in dem ich arbeitete, nicht recherchiert. Denn bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mir eingeredet, dass ich einfach nur unter Schlafmangel litt, obwohl das nicht erklärt, warum sich die Zellentür schloss und verriegelte. Die Nachforschungen brachten größtenteils nichts allzu erschreckendes zu Tage, nur die typische grafische und grausame Geschichte der australischen Knäste. Er hat sich in den letzten 40 Jahren in mein Gedächtnis eingebrannt. Ich bin Vielen Dank. Vielen Dank.